Wir haben unsere Kästchen, da kommen dann unsere Zettel rein, auf den Zetteln stehen keine Nummer drauf, weil es so aufwendig wäre, wenn wir jetzt noch bei jedem Einzelnen die Nummer draufschreiben. Wir haben Rede vom System, aber es ist etwas aufwendig, deswegen bitte sich merken, wo ihr aufgerufen wird, außen stehen die Tischnummern drauf und innen stehen sie außen auch drauf. Bitte wieder auch vollständig abgeben mit Ball und ausgefüllten Zetteln, vor allen Dingen richtig ausgefüllten Zetteln. Ich denke, selbst nach der zweijährigen Pause, wenn wir das nicht verlernt haben, bitte schön ausfüllen, leserlich, damit wir auch das richtig eingeben. Klar kann natürlich auch bei uns mal vieler sein. Wir werden das dann später alles draußen auslegen. Die Gruppen, da kann man auch jede Zeit mit der Lagen rufen. Bitte auf der Enkel der Geduld, dass es immer weniger Zeit verzögert ist. Wir haben jetzt auch den einen, der nicht gekommen ist, rausgeschnitten. Wir haben jetzt sieben Gruppen, davon sind sechs Fünfergruppen und eine vierte Gruppe. Aus der Vierungsgruppe kommen zwei Leute, aus den Fünfergruppen kommen drei Leute, was natürlich in der Endrunde auch am Anfang frei ist. Wir haben die ersten der Gruppen, jeweils zwei haben sie gesetzt worden. Es gibt noch auf der Liste, ich würde jetzt mal alle vorlesen, falls jemand nicht genannt ist, bitte sofort hier schreiben, weil dann müssten wir da noch was ändern. Wir hätten ja noch eine vierte Gruppe, wo wir jemanden reinsetzen können, aber man weiß nicht, ob das dann auch wirklich hinmauelt und vereinigt. Dann haben wir die Gruppe 1, ich möchte mal vorlesen, das ist der Ferdin Martin, den Ruf in der Kahl, welches gekriegt und der Ruf in der Kahl. Die Gruppe 2, Klausen, den Ruf in der Kahl. Gruppe 4, Runderschöger Stefan, Sachs Bernd, Fekker Thomas, Esslinger Adrian, Neden, Kovic Steher, Gruppe 5, Hähne Stief, von Jagen Wladimir, Fischer Mark, Schädel Michael, Eidin Selamet, Gruppe 6, Sachs Oliver, Strubelt Günther, Kim Waldemar, Rosenthal Täter, Fee Lohls. Gruppe 7, Gruppe 7, Grimma Tobias, Buchner Erich, Wild Jakob, Bera Josef, Burga Johannes und Gruppe 8 ist der Quachtu, Losenthal Stefan, Beuteler Michael, Aliyari Mohammad und Hirschberger Andreas. Hier gleich, wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen falsch vorgelesen. Bitte, könnt ihr mir gerne sagen, ob ich es dann bis zum Ende des Interviews noch weiß. Weiß ich zwar nicht, kann ich nicht da sprechen, aber ich bemühe mich, den richtig zukünftig vorzulesen. Bei den einen werdet man auch gerade auf. Es kann auch durchaus immer sein, dass in Klick.t.t. der Verein den Namen falsch gemeldet hat. Da muss man aber dann zum Verein gehen und sich das ummelden lassen. Also das habe ich auch hier, den einen Namen, weiß ich, dass ich der anders gemeldet wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.